Vielleicht irgendwann so nach der letzten Trennung mitzukriegen oder so das Gefühl dafür zu kriegen, dass ich mich so langsam finde, also dass ich weiß, was für starke Seiten ich habe, was für schwache Seiten ich habe und das ist okay. Ich habe eine Mutter, ich bin ein Fahrer, ich bin ein Cooker, ich bin ein Teacher, ich bin ein Daughter, ich bin nicht Blonde, ich bin strong, ich bin ein Washing Machine, ich bin fat, ich habe eine Daughter, ich habe ein Microwave, ich habe ein Laptop, ich habe Mom, ich habe ein kleines Apartment, I have sister, I have glasses, I have blue... Ta-da! 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 Ich habe bis. Vielen Dank.